Eine ganze Stadt im Freudentaumel. Darmstadt 98 hat den Durchmarsch geschafft und kehrt nach 33 Jahren in die Fußball-Bundesliga zurück. Die Lilien, die erst im Vorjahr aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen waren, gewannen am letzten Spieltag mit 1 zu 0 gegen den FC St. Pauli. Sie begleiten damit den FC Ingolstadt ins Fußball-Oberhaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017